Musik Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Und damit zum Unboxing der Angelberger White Devils Petri Box für den Monat April Und die packen wir jetzt gemeinsam aus, kostet 30 Euro, Link in der Videobeschreibung Ganz wichtig, wenn ihr so eine Box haben wollt, bestellt euch die nur bei Angelberger Es gibt die natürlich auch bei Amazon und so Sachen Aber dann bekommt ihr auf jeden Fall nicht die Aprilbox Wenn ihr wirklich die Aprilbox wollt, müsst ihr die über den Link in meiner Videobeschreibung bestellen Das Einzige, was vielleicht nicht passen kann, sind eventuell die Gewichtungen und die Farben Ansonsten bekommt ihr unter dem Link, oder wenn ihr unter dem Link bestellt Unter dem Link, wenn ihr über den Link bestellt, auch die Box, die ihr hier bei mir im Video seht Wie gesagt, außer Farben und Größen können ein bisschen variieren Aber ansonsten ist halt das drin, was ihr hier seht Wollt euch mal sehr gespannt, ob wir wieder ein paar Nudeln bei haben So, was haben wir hier? Nö, sieht nicht so aus Ein bisschen was zum Basteln Keine Nudeln? Ist ja schon ein bisschen schade Moment Ne, misch drin Schade, meine Frau hat sich immer gefreut Wobei, im letzten Moment ja gar keine Nudeln drin Da waren ja von Vasa so eine Dinger drin, so eine Rosmarin-Vasa-Knusper-Dinger Wie heißt es denn? Knäckebrot! Das ist das Wort, was ich gesucht habe Jetzt hat er es So, und da muss ich mal sagen, auf in den April bei Angeberger So, da haben wir hier auf jeden Fall ein Cap am Start Trucker Cap Trucker Cap Weil die schwitzen immer ein bisschen doll beim LKW fahren Und deswegen ist es hinten ein bisschen offen Natürlich ganz geil Ja, kann man machen Hier nochmal so mit aufgesticktem Sagt man das so? Ja, aufgesticktem Logo Auch kein Sub-Jaws So, was haben wir noch? Oh, was ist das denn hier? Headlamp Also eine Kopflampe Bewegungssensor und USB-Akku Das ist auf jeden Fall wild Ich habe schon einige Kopflampen bei mir rumzuliegen Auch von Markenherstellern Aber ich habe noch keine mit USB-Anschluss und aufladbarem Akku Das finde ich schon ein bisschen toll Von professionellen Raubfusch Aber man sorgfältig entlegen und erfolgreich geht es weiter Produktpersonen und Sortimente und so weiter Sensor Headlamp Was haben wir denn hier? Maximal 350 Lumen-Using 5 Volt Cop-LED Mode 100% weit Läuft bis zu 4 Stunden Muss 4 Stunden aufladen Und inklusive 30 cm USB-Kabel Stecker wäre mir auch ganz lieb gewesen 70 Gramm wiegt das gute Stück Und ein Akku ist verbaut Von 1200 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Batterie Perfekt Das finde ich schon ganz cool So, das ist Kabel Okay USB-USB ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß Aber hat ja auch beäppelnde Weile gedauert Bis die von ihrem Lightning weg sind Und auf USB-C umgestiegen sind Aber vollkommen in Ordnung Und wird aufgeladen So, falsch rum Moment So rum Na, sage mal Ah, doch Siehst du, andere Seite Okay, da ist der Anschluss Ganz genau Ich würde nicht sagen wasserdicht Sondern eher so Spritzwasser, Regen, Schweißdicht Oh, die ist aber Oh, die ist aber babamäßig hell Boah Kannst du nicht meckern So, was kann man hier noch machen? Rotlicht Rotes Licht nimmt man ja auch abends Beispielsweise zum Zanderangeln Da reagieren die nicht so Ach, das ist der Bewegungssensor Nicht so empfindlich drauf Und deswegen macht man abends beim Angeln Meistens rotes Licht an Meistens Schon wieder meistens Ab und zu gibt es auch noch Lampen Die machen auch grünes Licht Das ist hier auf jeden Fall noch ein Blinklicht Also wenn man irgendwie Irgendwie ihn warnen will So, ich versuche es nochmal Das ist ja ganz geil Ja Oh, warte Puh Was passiert, wenn man gedrückt hält? Nix Naja, muss ja auch nicht Gut Boah, ich habe echt ein bisschen reingeguckt Rechte Auge ist jetzt auf jeden Fall gerade nicht ganz so cool Ja, also finde ich ganz geil Also tolles Produkt auf jeden Fall Finde ich schon ein bisschen cool Noch nie so gehabt Ist natürlich die Frage, wie lange hält so ein Akku War bestimmt schon ein paar Jahre Hoffen wir es einfach mal Coole Sache Dann haben wir ein paar Chiburashka Kugeln Die hatten wir auch noch nicht bei Angelberger Ist jetzt aber auch hier von Mikado in dem Fall Also quasi mal eine andere Firma Eine andere Marke Die wir hier drin haben Chiburashka 8 Gramm Top Quality Fishing Tackle For Total Fishing Ne, Top Quality Tackle Ach, da ist das Fishing nach oben gezogen Naja Angelberger Zubehör Steht auch nochmal in Deutsch drauf Kommt aus Polen Ja, Chiburashka Nochmal ganz kurz erklärt Mal gucken, was wir noch da drin haben Auch ich musste das irgendwann erst lernen Man kann ja aber nicht davon ausgehen Dass jeder gleich alles weiß Und deswegen hier nochmal ganz kurz Es ist quasi ein System Indem wir an unseren extra Haken An einen Haken Den wir auch extra hier ran machen Da kann man einen Dropshot Ach, einen Dropshot Einen Offset Haken nehmen Oder auch einen normalen Wurmhaken Nennen die sich tatsächlich Auch wenn der Begriff Natürlich im Raubfischangeln So ein bisschen irreführend ist Indem wir hier einfach Durch diese Spange quasi montieren können Der wird dann halt quasi aufgezogen Da wo wir hier die große Öse haben Da muss der Haken hin Und da wo dann nachher die kleine Öse ist Quasi auf der anderen Seite Da wird euer Snap eingehangert Einfach gegenüber einem normalen G-Kopf-System Beispielsweise den Vorteil Dass wir den Köder Vom Gewicht des Bleikopfes quasi trennen Und damit der Köder natürlich viel mehr Spielraum Viel mehr Bewegungsfreiheit hat Der Fisch kann den Köder viel einfacher einsaugen Und man hat natürlich auch den Vorteil Wenn man wirklich viel mit Sheburashka fischt Dass man viel schneller quasi einen aufgezogenen Gummifisch Oder Krebs oder was auch immer Mit einem anderen Gewicht ausstatten kann Dann macht er halt einfach Snap vorne raus Spange auf Kleineres Gewicht dran Und ihr habt so natürlich den Vorteil Dass ihr nicht A Immer den Gummifisch Wenn ihr nur einen beispielsweise Anführungsstrichen bei habt Auf einen anderen Haken aufziehen müsst Wo dann halt ein kleinerer G-Kopf dran ist Und damit den Köder kaputt macht Oder ihr müsst halt nicht immer B Verschiedene Sorten von allem Mitschleppen Ganz genau Toll erklärt So Dann kommen wir da rein So Dann haben wir hier Einen kleinen Crazy Crank Crankbait In der Farbe IU Mit 6 cm Länge Und 6,5 Gramm Ist der mit einem Lauftiefe Von 0,5 bis 1,5 Meter angegeben Und er ist floating Auftreibend Fix auspacken hier Ich lasse noch so viel drin Das wird ein langes Video Holt euch nochmal einen Kaffee Also Farbe IU Immer wieder toll Also auf jeden Fall Was für die Barsch Fraktion Hier wird sicherlich Nicht im V-Au-Aktiv sein Ja und der Leute Ganz schön doll tatsächlich Also ist jetzt nicht unbedingt So richtig im V-Au-Aktiv Glaube ich Ist es eher dieses Komische Silber Was bei dem Blau Irgendwie so Ja Weiß ich auch nicht Wobei hier oben sieht es So ein bisschen Wir lassen es mal gelten Also voraktiv Okay Alles klar Licht wieder an Also schöner Barschköder hier Von der Größe her Hubala Dann haben wir ein paar Krebse Den Crazy Craw Green Flash In 9 cm Professional Fishing Tackle Green Flash Haben wir schon gesagt Also der grüne Blitz Ein kleines Paket hier Mit 3 Stück Und der sieht auf jeden Fall Aus wie ein bekannter Krebs Eines japanischen Herstellers Mit einem großen K Da sieht der dem auf jeden Fall Schon ziemlich ähnlich Hier vorne können wir Die Scheren quasi abmachen Um nochmal ein bisschen mehr Bewegungsfrei zu haben Man kann es auch dran lassen Ansonsten haben wir hier Offset Tasche Selbstverständlich dran Und ein bisschen andere Farbe Licht aus Spot an So und da sieht man hier schon Schöne V-Aktiv So weiter geht's Wir haben ein paar Offset Haken mit dabei Ganz genau Und damit können wir ja Unser Scheworashka System Auch schon Fertig stellen Dazu passen natürlich Selbstverständlich auch Sehr gut hier Die Krebse Die wir hier haben Habe ich ja vorhin erklärt Wie wir es machen Einhängen quasi Und dann Haben wir schön viel Bewegungspielraum Und Freiheit Mit dabei Offset Haken von Angelberg Haben wir auch noch nicht gehabt Hakengröße 1,5 Stück Sind enthalten Alpha Hoops Nennt sich hier die Firma Noch nie gehört Spezielle Teflon Beschichtungsverfahren Sorgt für eine perfekte Hakenuhrfläche Und macht den Haken Unheimlich scharf Da habe ich auch mal eine Frage An euch Würdet ihr sagen Dass ein Haken scharf ist Oder würdet ihr sagen Dass ein Haken spitz ist Also ich würde sagen Er muss spitz sein Schreibt es mal in die Kommentare Dann haben wir Was ziemlich cooles hier Und zwar Spinnergröße 2 Würde ich mal sagen Hinten mit Kupferfarbe Vorne so ein bisschen kupfrig In Schwarz Überlaufend Mit einem Fluohaken Also Spinner geht immer Teufel Barsch Angeln Selbstverständlich Für Döbel Für Rapsen kann man die nehmen Da geht auch ein kleiner Hecht drauf Ganz klar Nennt sich Red Devil Und ist 4 Gramm Schwer Achtung Die Haken sind sehr scharf Von Kindern fernhalten Der ist wunderschöne UV aktiv Also es ist Ist denn doch vorne gar nicht so kupfrig Oder die haben so eine UV aktive durchsichtige Farbe darüber gemacht Sieht ein bisschen wild aus Oder die haben diesen Farbton wirklich sehr gut getroffen Aber schon ein bisschen hübsch Hübsches Ding So Geht natürlich auch für Forelle Forelle habe ich natürlich auch noch vergessen zu sagen Sag mal noch Wir haben noch Booster Forelle Selbstverständlich Wer hätte es gedacht 50 Milliliter Ist das jetzt für Forellen Oder riecht es nach Forellen Ich weiß es nicht Riecht auf jeden Fall nach Fisch Also hier zum Einsprühen der Köder Auf jeden Fall Ja Hat ja auch Sag ich mal In den letzten Jahren glaube ich Zugenommen Dass Angler auf sowas zurückgreifen Auf Pasten Auf Sprays Um hier auch Beispielsweise Weiche Köder Nochmal ein bisschen Flavor Extra zu verpassen Kann auf jeden Fall machen So Was gibt es noch Es gibt noch den Thunder Scout In einer ziemlich coolen Farbe Habe ich auch noch nicht gesehen White Devil's Bates Thunder Scout In der Farbe Baby Thunder 12,5 cm So Auch mal ein Haus hier Bekannter Köder Für uns jedenfalls In der Angelberger Welt Haben wir die schon öfter mal gesehen Aber farbentechnisch Mit Baby Thunder Ganz geil eigentlich Da ist er Sieht ganz geil aus Fast durchsichtig Ich sehe da meine Finger da durch Ich versuche es mal so Moment Ja Ganz genau Voraktiv ist er nicht Aber hübsches Ding Oben sogar Nochmal hier mit Mit kleinem Print Sozusagen drauf So Hübsch Hups So Kriegen wir den da rein Bestimmt nicht Auch wenn es beiden weh tut Rüben muss er Ach da ist der nächste auch schon wieder verrutscht Ach Herrschaftszeiten Herrschaftszeiten Franz Franz Sissi Komm her Nochmal Nochmal den Nicht den Thunder Scout Ja den King Finn Der perfekte Köder in 13 cm Trübes Wasser Ich weiß nicht ob es das letzte Mal schon drauf stand Aber jetzt beginnt es natürlich noch mehr Wie schon über diese Köder Form hinaus Das Konzept natürlich von Lieblingsköder hier anzunehmen Indem man jetzt natürlich auch gleich drauf schreibt Für trübes Wasser Das ist natürlich was was Lieblingsköder schon Ähm Sehr lange macht als Konzept Dass man auf die Packung schreibt Wofür ist es Welche Hakengrößen braucht man Tja Ich sag mal wo kein Kläger Da kein Richter Und sowas lässt sich glaube ich auch eher schwer patentieren Und wird wahrscheinlich auch in der Angelwelt Aufgrund der Kosten sicherlich nicht gemacht Ähm Aber hier hat man es halt einfach auch Jetzt eben mit so drauf geschrieben Man übernimmt da sicherlich so ein bisschen das Funktionierende Konzept Was man davon hält Das ist jeden selbst überlassen Ähm Aber preislich sind wir hier halt auch In einer ganz anderen Region In einer ganz anderen Region Und ich hab da schon mal ein Video zu gemacht Ähm Da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden Perfekter Lauf Extraweiche Gummimischung Hochfrequente Schwanzaktion Ideal für Zanderricht und Barsch Heericht Den gemeinen Heericht Also einen Rechtschreibfehler Bitte hier nochmal korrigieren Bei der nächsten Charge Die hier aus China kommt Und empfohlene Hakengröße 4 Müssen wir hier verwendeln Noch einfach mal den UV-Test Aber ich denke wir wissen was passiert Augen zu halten und los Naja ist gar nicht so schlimm Aber alle irgendwie UV-Aktiv Ja aber sieht ganz hübsch aus Ne Aufgeklebte Augen Wie lange die halten Weiß man immer nicht Vor ansonsten natürlich Der Hamburger Stehnt So was haben wir noch Dann haben wir Trout Minnow Der ist aber hübsch Dann geht das nicht raus hier Jetzt Der ist aber hübsch Ein süßer kleiner Hardbait Für die ganz gemeinen Forellen UV-Chartreus 4,5 cm 2,5 Gramm Und eine Lauftiebe von 0,3 Bis 1,2 Meter Und ausgestattet mit VMC Haken Mit spitzen Scharfen VMC Haken Da ist der Bescheid Das ist das gute Stück Bei anderen Herstellern heißt die Farbe beispielsweise Gecko oder Jungle Wenn ich mich nicht irre V-Aktiv müsste der auf jeden Fall ziemlich doll sein Boah ich muss mir gleich mal was zum Essen machen Ich habe richtig Hunger So Wo waren wir da drin Hier Also kleiner Forellen Bait hier Am Start Sicherlich auch für die Kleinen Barschangler unter euch Interessant Dann haben wir noch was Was sehr historisches Historisch Ne, historisch ist das falsche Wort Was sehr Antiquität ist Ne Das Wort gibt es nicht Antik ist Antiquität ist Ach Gott ey Also etwas Was man schon früher gehangelt hat Ein normaler Löffel Blinker Antiquität ist Farbe Black Devil Nennt sich hier Blinker Und 18 Gramm ist das schwer Also zum Schönbeitschmeißen Robuster Köder Fürs Hechtangeln Auf jeden Fall Zu empfehlen Kann man immer mal Einen Wurf Mit Machen So Ja So ein Flohhaken Dann haben wir sonst nicht Überall tief Was haben wir noch Ach Gottchen So war noch was drin jetzt hier Nö Was war es Pack ich schon mal beiseite So Und da haben wir noch Die berühmte Lösezange Ähm Die habe ich auch in meinem Repertoire Die benutze ich auch hin und wieder Ähm Sieht aus wie so ein kleiner Dino-Kopf Hier vorne Aga Aga Hallo Ich mein Lovie Naja Ähm Ansonsten ist Sieht die jetzt Nicht besonders aus Die gibt es aber auch von Namenhaften Herstellern In genau demselben Design Also mit einem anderen Griff hier vielleicht Der irgendwie farblich ein bisschen anders gestaltet ist Aber Ähm Den habe ich schon bei diversen Herstellern auf den Seiten gefunden Die kommen sicherlich auch irgendwie alle Aus Ähm Einem Werk Das ist jetzt nichts besonderes als Produkt Aber es ist auf jeden Fall Ziemlich gut Man muss halt Wenn man halt im Hechtmaul Natürlich Ist ja wahrscheinlich jetzt dafür hier In erster Linie gemacht Muss man halt nicht das Handgelenk so verdrehen Sondern man hat natürlich Die Hand wie eine Ja Wie sie halt in natürliche Stellung halt sein soll Und damit macht es sich eigentlich ganz gut Weil wir halt nicht so drücken müssen Habe ich eine Zange hier Früher hatte ich nur eine Na keine Ahnung Weiß nicht wo sie ist Ne Also von daher Auf jeden Fall Äh Ganz gut zu gebrauchen Ja eine coole Box Tatsächlich finde ich sehr interessant Und natürlich für 30 Euro Also Sicherlich hier Preistechnisch über jeden Zweifler Haben Er haben Mein Highlight In jedem Fall die Mega Light Headlamp Mit Bewegungssensor Und USB Akku Also Ziemlich cool Und äh Auch ködertechnisch sicherlich Äh Interessante Sachen mit dabei Mit ein paar Hardbaits Die hier am Start sind Und selbstverständlich Auch mit ausreichender Anzahl An Gummigetier Mit passendem Zubehör Sehr schön Auch jetzt mal hier mit Chewuraschka Mit dabei Wir haben hier noch Ein Duftspray Duftspray Ist das ein richtiges Wort dafür Naja Ihr wisst schon wie ich es meine Äh Und von daher sicherlich Für 30 Euro Eine Topbox Schreibt mir gerne in die Kommentare Wie ihr diese Box findet Oder fandet Und dann sehen wir uns schon Bald wieder Macht's gut Bis dann Möjleby Möjleby